Hi. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich für dich ganz viele Luftblasen. Das ist Polsterfolie. Wie heißen die? Bubbelpolsterfolie oder? Moment, Luftpolsterfolie, so heißt das genau. Ich werde das jetzt vor das Mikrofon stülpen und du kannst dich schön dabei entspannen und einfach zu hören. Okay? Also man steuert ein bisschen, deswegen mache ich mal den Gain ein bisschen runter. Okay? Okay. Ich werde das nicht übersehen. Ich werde das nicht übersehen und wieder das Bild. Ich werde das nicht übersehen. Ich werde das nicht übersehen. Vielen Dank. Spannende Musik so Ich muss mich übrigens sehr zusammenreißen, die nicht alle platzen zu lassen. Aber das wäre viel zu laut, glaube ich. Am Ende lasse ich mal einen platzen. Um alle wieder aufzuwecken, die bis dahin eingeschlafen sind. Okay. 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 Vielen Dank. Gut. Ich bin jetzt hier. Das war's für heute. Ich habe den Korn auf den Korn. Ja, so. Ich glaube, das reicht erst mal. Und jetzt machen wir mal, Achtung, das ist gar nicht so laut. Ich gehe mal näher ran. Aber jetzt wird es lauter. Ich glaube, das reicht. So. Okay. Schreib mir doch, wie es dir gefallen hat. Hätte ich noch mehr davon platzen lassen sollen. Ich bin mir da sehr unsicher. Sag mir doch, was dir gefallen hat daran und wovon ich dann am besten ein ganzes Video vermachen soll. Weil ich habe ja immer ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe das ja da drüber gezogen und dann so festgehalten und sowas alles. Deswegen brauche ich deine Meinung, damit ich weiß, von wegen, was das Beste davon für dich ist. Okay. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich wünsche dir heute noch einen entspannten Abend, eine entspannte Nacht und morgen einen entspannten Tag. Und es macht mich viel warpens jeito. Guter Nacht. 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 Vielen Dank.